In aller Abgeschiedenheit lag die Leiche des Mannes am Rande eines Feldweges. Vermutlich ein paar Stunden, dann wurde sie gefunden, so die Polizei. Der unbekannte Tote trug ein grünes Kapuzen-Shirt und eine blaue Jogginghose. Die Polizei schätzt ihn auf 30 bis 40 Jahre. Gestern Abend, kurz vor 22 Uhr, erhielt die Polizei von einem Anwohner hier aus dem Ort Fambach die Mitteilung, dass eine männliche, reglose Person am Waldrand in der Nähe von der Ortslage Fambach aufgefunden wurde. Die ganze Nacht und auch heute noch hat die Polizei den Fundort der Leiche großräumig nach Spuren abgesucht. Der Tote hatte einige Verletzungen. Ob sie von ihm selbst oder von Dritten stammen, wird noch untersucht. Die Staatsanwaltschaft Meining hat für den heutigen Tag eine rechtsmedizinische Untersuchung angeordnet, die uns möglicherweise Hinweise auf die Identität und auf die näheren Umstände des Todes bringen kann. Das Ergebnis der Obduktion soll noch am Abend feststehen. Dann ist möglicherweise klar, wer der Mann ist und was mit ihm passierte.